Das heißt, der Plug-in-Hybrid kommt mit einem größeren CO2-Fußabdruck. Heißt das jetzt, dass Plug-in-Hybrid wirklich eine sinnvolle Technik ist? Das Thema Besteuerung oder Förderung ist natürlich bei den Plug-in-Hybriden auch immer ein Riesenstreitthema. Kann, können, kann man das. Aber können heißt noch nicht machen. Ob das dann sozusagen wirklich das Beste aus zwei Welten darstellt? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal von Steve und Julian. Ich bin Julian und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch zum Thema Elektromobilität kompetent, sachkundig und vor allem neutral informieren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann gerne abonniert unseren Kanal. In diesem Video möchte ich kurz auf eine Geschichte eingehen, die mir schon in der letzten Woche unter die Finger gekommen ist, nämlich das Thema Plug-in-Hybride. Sicherlich eins der Themen, dass wie kein anderes intensiv in der Gemeinde der Elektroautofahrer intensiv diskutiert wird. Und das schon seit Jahren. Ist es eine Brückentechnologie? Macht es Sinn? Ist es eine Mogelpackung? Ihr kennt alle diese Diskussionen darum. Warum komme ich darauf zu sprechen? Ganz einfach. VW hat angekündigt, ab 2023 eine neue Generation an Plug-in-Hybriden auf den Markt zu bringen, die sich vor allem durch drei Dinge auszeichnen wird. Zwei davon sind sehr sicher. Eine technische Geschichte ist noch nicht so ganz klar. Wir haben einmal eine Verdopplung der Akkukapazität, damit eine Verdopplung der Reichweite. Wir haben die Option der Schnellladung, was heute noch lange nicht in allen Plug-in-Hybriden möglich ist. Schnellladung hier also über CCS-System. Und zum Dritten möglicherweise die Option oder die Serie, den Plug-in-Hybriden jetzt zu Hause an der Wallbox auch mit 11 kW an AC zu laden. Was natürlich eine deutliche Geschwindigkeitssteigerung ist, wenn man sich vor Augen hält, dass viele Plug-in-Hybride auch heute noch leider nur einphasig mit 3,7 kW zu Hause, vielleicht an der Steckdose sogar nur mit 2,2 kW geladen werden können. Was natürlich extreme Ladezeiten mit sich bringt und den Aktionsradius bei gleichzeitig kleinem Akku rein elektrisch ziemlich einschränkt. Der SWR hat in der vergangenen Woche ein Video veröffentlicht zum Thema Mogelpackung Plug-in-Hybride, Entschuldigung. Und hat in diesem Video die, sagen wir mal, üblichen Vorwürfe gegen Plug-in-Hybride noch einmal wiederholt und auch versucht mit Interviews und kurzen Rechercheberichten zu untermauern. Die hauptsächlichen Kritikpunkte dabei waren der hohe Spritverbrauch, wenn der Akku leer ist, die insgesamt geringen Ladevorgänge und das haben sie untermauert, indem sie unter anderem gezeigt haben, wie viele zum Teil unausgepackte Ladekabel bei eBay angeboten werden. Ob die nun aus Plug-in-Hybriden stammen oder nicht, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Und bevor es hier in dem Video weitergeht, möchte ich gerne für euch nochmal klarstellen, wenn ihr einen Plug-in-Hybriden fahrt und ihr seid damit zufrieden, dann ist das prima. Ich habe nichts gegen Plug-in-Hybride, wir haben nichts gegen Plug-in-Hybride. Jeder muss nämlich selber entscheiden, was für ihn das Richtige ist und womit er sich wohlfühlt. Interessant ist aber, ob die ganzen Vorwürfe, die gegen Plug-in-Hybride erhoben werden mit der neuen Generation, die ja auch VW schon angekündigt hat und die von anderen Fahrzeugherstellern zum Teil auch schon umgesetzt wurden, zum Teil denken wir an den B250e, ob die den Plug-in-Hybriden jetzt vielleicht aus seiner Schmuddelecke herausholen oder nicht. Schauen wir uns mal an, wie VW den Plug-in-Hybriden bewirbt. Sie sagen dort, der Hybrid für alle sei das, nämlich emissionsfrei auf Kurzstrecken und effizient auf der Langstrecke. So zumindest bewirbt VW die Plug-in-Hybriden aus dem eigenen Haus. Schauen wir mal unsere realen Zahlen an. Ich habe mir mal den Spritmonitor aufgerufen, habe einfach mal geguckt, wie sieht denn das aus bei VW Golf, Baujahr 2020 bis 2021 und habe dort die Zahlen gefunden. Der normale Benziner liegt bei ungefähr 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Der Hybrid, also der Mild-Hybrid mit dem 48-Volt-System, dieser E-TSFI, glaube ich, heißt er, liegt bei Lautspritmonitor etwa 6 Litern auf 100 Kilometer. Das ist schon mal knapp 1,5 Liter weniger. Und der Plug-in-Hybrid, sprich also der E-Hybrid oder die etwas stärker motorisierte Variante der Golf GTE, liegen bei etwa 3,3 Liter. Heißt das jetzt, dass Plug-in-Hybrid wirklich eine sinnvolle Technik ist und die Vergrößerung des Akkus und die Verbesserung der Lademöglichkeiten den Durchbruch bringt? Naja, schauen wir uns die ganzen Sachen mal ein bisschen im Detail an. Was heißt denn das jetzt eigentlich, vergrößerte Akkukapazität? Das heißt im Prinzip auf der positiven Seite, ihr habt eine vergrößerte Alltagsreichweite. Das heißt, wer zum Beispiel bisher seine Strecke zur Arbeit und zurück mit dem Plug-in-Hybrid gerade so geschafft hat, der wird das in Zukunft natürlich wesentlich komfortabler schaffen. Wer im Alltag an die Grenze gekommen ist, wird also jetzt eine deutliche Erweiterung der elektrischen Reichweite erfahren. Vor allem aber auch im Winter. Vielleicht könnt ihr aber auch eure Strecken, die ihr tagsüber bisher nur teilweise elektrisch geschafft habt, zum Beispiel hin zur Arbeit, seid ihr noch elektrisch gefahren, zurück vielleicht nur zum Teil, dann werdet ihr das wahrscheinlich jetzt komplett elektrisch machen müssen. Vielleicht merkt man mit so einem Akku auch, dass man nicht mehr jeden Tag auf die Suche nach einer öffentlichen Ladestation gehen muss, sondern nur noch alle zwei bis drei Tage, einfach weil mehr Strom im Akku steckt. Das hat man also auf der positiven Seite, auf der Haben-Seite. Natürlich bedeutet das auch, ein größerer Akku bedeutet auch mehr Rohstoffaufwand, eine größere Herstellungsenergie. Das heißt, der Plug-in-Hybrid kommt mit einem größeren CO2-Fußabdruck, den man dann natürlich auch erstmal wieder reinfahren muss. Wer also den größeren Akku einfach nur, sagen wir mal, als Ruhekissen verwendet und sich wohlfühlt damit und diese Kapazität gar nicht ausnutzt, weil es sie gar nicht braucht, der hat sozusagen das Problem, diesen größeren CO2-Fußabdruck ja auch erstmal wieder herausfahren zu müssen. Und das dauert dann natürlich entsprechend länger, als hätte man den kleineren Akku. Wir wissen allerdings noch nicht, wie sieht das überhaupt aus mit den Ladeoptionen genau. Sicher ist bisher nur, die Plug-in-Hybriden sollen alle die Möglichkeit bekommen, auch mit CCS schnell laden zu können. Das bedeutet, VW verspricht hier 80 Kilometer Reichweite in ungefähr 30 Minuten einladen zu können. Gehen wir mal von einer Akkukapazität von zukünftig ungefähr 22 Kilowattstunden aus, dann wäre das eine Ladeleistung, die bei ungefähr 40 bis 50 kW liegt. Das ist eigentlich für einen Plug-in-Hybrid ein sehr, sehr guter Wert. Ob das tatsächlich in der Praxis dann auch so durchgehalten wird, muss man sehen, vor allem wenn es kalt ist oder auch wenn es warm ist. Das heißt also, wenn so ein Akku kein Thermalmanagement hat, dann kann man, so wie das zum Beispiel bei meinem Skoda Citygo ist, ohne Thermalmanagement am Schnelllader hängen und lädt mit 19 kW, was natürlich nicht mehr unbedingt heute als Schnellladung zu bezeichnen ist. Ob man das dann nutzt auf der Autobahn, um entsprechend mal wirklich nachzuladen, wenn man eine längere Strecke hat, muss jeder von euch selbst entscheiden. Klar ist auch, beziehungsweise fraglich muss man eigentlich eher sagen, ist, ob mit einem größeren Akku und CCS so ein Plug-in-Hybrid dann reisefähig ist. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel müssen wir im Moment ziemlich häufig zwischen Berlin und Rostock hin und her pendeln. Das sind ungefähr von uns, von Haustür zu Haustür, 240 Kilometer. Und wenn ich jetzt mit so einem Plug-in-Hybrid mit verdoppelter Reichweite diese Strecke fahren will, dann bedeutet das, dass ich ungefähr, sagen wir mal 80, wenn es gut läuft, vielleicht tatsächlich die versprochenen 100 Kilometer rein elektrisch schaffe. Das ist durchaus vorstellbar, denn die erste Strecke, die wir hier fahren müssen, geht quer durch Berlin über die Stadtautobahn mit begrenzter Geschwindigkeit, teilweise 60, teilweise 80. Und im Norden von Berlin sind zum Teil auch noch Baustellen, an denen man muss. Also ich kann mir durchaus vorstellen, mit sparsamer Fahrweise kann man 60 bis 100, 80 bis 100 Kilometer elektrisch tatsächlich schaffen. Dann wäre aber auch das erste Mal schon Nachladen angesagt. und was dann ungefähr 30, vielleicht bis 45 Minuten dauert. Dann ist der Akku wahrscheinlich noch nicht vollgeladen, sondern ich habe dann eine Reichweite von, sagen wir mal, vielleicht 60 bis 80 Kilometer. Ich müsste also nach etwa 60 bis 80 Kilometer erneut an den Schnelllader, um dann für die nächste Strecke wieder entsprechend Strom zu laden. Könnte dann, wenn es gut läuft, tatsächlich also mit zwei Schnellladungen jeweils 30, vielleicht bis 40 Minuten diese Strecke voll elektrisch schaffen. Jeder von euch müsste dann selber entscheiden, ob er das so hinnimmt oder nicht, oder ob er nachdem der Akku das erste Mal leergefahren ist, dann nicht vielleicht doch verbrennungsmotorisch weiterfährt. Verglichen zum Beispiel mit unserem VW ID.3, mit dem 58 Kilowattstunden Akku, damit kann ich die Strecke problemlos auch mit Heizung in einem Mal durchfahren. Tempo ungefähr 120, 130, wo erlaubt. Und komme in Rostock an mit etwa 130 bis 170 Kilometer Restreichweite. Das schwankt so ein bisschen nach Einsatz der Heizung und wie schnell ich dann tatsächlich gefahren bin. Ob so ein Plug-in-Hybrid mit großer Batterie- und Schnellladeroption dann sozusagen reisetauglich ist, um auch solche Strecken elektrisch zurückzulegen, muss wie gesagt jeder ein bisschen für sich selbst entscheiden. Man bleibt also im Zweifel in der Abhängigkeit auch mit einem solchen Auto von fossilen Kraftstoffen. Ja, der Plug-in-Hybrid, auch der oder die, die dann kommen oder die es schon jetzt gibt mit der vergrößerten Reichweite, wollen ja keine Elektroautos sein, das ist mir schon klar. Aber die Schnellladeoption CCS und der größere Akku machen vielleicht bei dem einen oder anderen den Eindruck, so ein Fahrzeug wäre dann reisetauglich, elektrisch reisetauglich. Und ja, muss man klar sagen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Richtig ist, dass man seine elektrischen Reichweiten verlängert. Richtig ist, dass man tatsächlich vielleicht bei einer längeren Mittagspause sich mal an einen CCS-Schnelllader stellen kann. Aber der Komfort und die Reiseerfahrung, die elektrische Reiseerfahrung, die man mit einem echten Elektroauto, mit einem reinen batterieelektrischen Elektroauto hat, das schnellladefähig ist, sagen wir mal mit 80 bis 120 kW und eine entsprechend große Batterie, kann man damit natürlich nicht erreichen. Das muss einem klar sein. Wir bleiben also bei diesen Fahrzeugen dann bei solchen Strecken abhängig von Kraftstoffen, abhängig von den Preissteigerungen, die diese Kraftstoffe erfahren werden in den nächsten Jahren. Und E-Fuels werden hier auch keinen Ausweg bilden. Denn E-Fuels werden sicherlich nicht unter dem Preis von normalem Benzin zu haben sein, wenn überhaupt. Und es besteht auch die Gefahr, dass ein Rebound-Effekt eintritt. Das heißt, habe ich vielleicht tatsächlich erstmal diese E-Fuels vielleicht sogar zu vernünftigen Preisen an den Tank stellen, dann mag sich der ein oder andere denken, na, dann kann ich ja auch entsprechend wieder mehr verbrennungsmotorisch fahren. Ich bin ja dann CO2-neutral. Ob das dann sozusagen wirklich das Beste aus zwei Welten darstellt, wage ich persönlich zu bezweifeln. Das bleibt aber in eurer Entscheidung, ob ihr das für richtig haltet oder nicht. Kommentiert gerne mal hier unter dem Video, was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr Lust, jetzt einfach mal das Video anzuhalten, euren Kommentar zu schreiben und dann gleich weiter zu gucken. Der nächste Punkt, den man natürlich bei Plug-in-Hybriden manchmal häufig, ja, ich würde mal sogar sagen, häufig kritisieren muss, ist, dass es sie nur in den höchsten Ausstattungen gibt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil damit die Fahrzeuge natürlich auch deutlich teurer geworden sind. Wenn ich also mal zum Beispiel so einen Golf E-Hybrid oder einen Golf GTE vom Preis her vergleiche mit einem VW ID.3, stelle ich fest, der E-Hybrid ist sogar teurer und der GTE noch teurer als der i3. Und das hat nicht nur was mit den Fördermitteln zu tun, die ich bekomme, sondern die Fahrzeuge sind vom Grundpreis her schon mal deutlich teurer. Vom Grundpreis her deutlich teurer und dann von Kraftstoffen abhängig sein, bei denen der Preis auch nur eine Richtung kennt. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr das für sinnvoll oder für nicht sinnvoll haltet. Besteht natürlich auch weiterhin die Gefahr, dass damit Fahrzeuge, die bisher vielleicht nicht im Fokus als Dienstfahrzeug waren, dann als Dienstfahrzeug genommen werden, vielleicht auch nur um die Steuerersparnis einzustecken. Ihr müsst entscheiden, ob ihr das für eine sinnvolle Geschichte oder nicht haltet. Klar ist natürlich, um ein Plug-in-Hybrid bestimmungsgemäß zu verwenden, was ja im Moment noch nicht so ganz immer der Fall ist oder sein soll, ist, dass das Laden attraktiver werden muss. Und das Laden attraktiver werden muss natürlich auch durch das Fahrzeug möglich sein. Das heißt, ich persönlich, und jetzt komme ich so ein bisschen zum Fazit dieses Videos, ich persönlich würde mir von VW wünschen und von den anderen Herstellern natürlich auch, dass nichts anderes mehr Standard ist als ein 11 kW Onboard Charger, damit ich tatsächlich, wenn ich mal auf dem Discounterparkplatz bin oder wenn ich mal irgendwo an einer öffentlichen AC-Ladestation stehe, tatsächlich auch mal, sagen wir mal, in einer halben Stunde wenigstens meine, ja, spürbar, ein bisschen spürbar Reichweite nachladen kann, 40 bis 50 Kilometer sind dann möglich, damit ich wirklich was davon habe. Mit einphasigen Ladegeräten braucht man sich für 20 Minuten, die man vielleicht im Discounter ist, eigentlich gar nicht anzustecken. Die paar Kilometer, okay, kann man mitnehmen, ist eine schöne Sache, aber spürbar Ladung nachtanken ist da in der Zeit gar nicht möglich mit so einem langsamen Lader. Und eigentlich sollte auch der CCS-Anschluss bei diesen Fahrzeugen Standard werden. Denn nur dann habe ich ja die Attraktivität drin zu sagen, hey, jetzt, ich bin 15 Minuten im Discounter, 20 Minuten beim Einkaufen, da stöpsel ich mich mal ran, da kann ich tatsächlich in der Zeit jetzt mal ordentlich Kilometer nachladen. Aus meiner Sicht also sollte auf jeden Fall ein 11 kW Onboard Charger und eine CCS-Option serienmäßig sein und nicht eine teure Option, die dann vielleicht sogar abgewählt wird, weil man sagt, naja, lohnt sich nicht, ist mir zu teuer oder sonst irgendwas. Ihr wisst das alles, wer schon elektrisch fährt, der weiß, dass damit das Laden natürlich deutlich attraktiver ist, als wenn ich eben so einen Einphasenlader habe und keine Schnellladeoption. Natürlich gehört auch dazu, dass die Politik ihre Hausaufgaben macht, nämlich der Strompreis muss sinken. Der Ladestrompreis, der Autostrompreis, der muss deutlich sinken. Wir erhoffen uns natürlich alle von der neuen Bundesregierung, dass möglichst schnell die EEG-Umlage abgeschafft wird und andere zum Teil völlig unsinnige Umlagen, die den Autostrom, aber auch den normalen Strompreis belasten, endlich rausgenommen werden und auf die fossilen Kraftstoffe umgelegt werden. Wer also heute unbedingt noch sich einen neuen Verbrenner kauft und von fossilen Kraftstoffen abhängig sein wird, der muss dafür bezahlen, das ist meine Ansicht, da stehe ich auch zu. Und wer die Entscheidung trifft, sich für einen Plug-in-Hybriden oder für ein reines Elektroauto zu entscheiden, der muss entlastet werden, denn der tut ja wirklich auch was fürs Klima. Das Thema Besteuerung oder Förderung ist natürlich bei den Plug-in-Hybriden auch immer ein Riesenstreitthema. Ich bin persönlich sehr dafür, auch Plug-in-Hybriden eine Förderung zuteil kommen zu lassen, aber ich nehme dort die Position des BUND ein, nachträglich. Wenn man also nachweisen kann, dass man einen gehörigen Anteil der Strecken, die man mit dem Fahrzeug gefahren ist innerhalb der letzten zwölf Monate, auch rein elektrisch zurückgelegt hat. Vielleicht fängt man an bei 30 Prozent rein elektrischer Strecke und findet irgendwo so einen Maximalpunkt bei 70 bis 80 Prozent. Mir ist bewusst, dass das mit dem Plug-in-Hybriden zuteil schwierig ist. Mit der großen Reichweite sollte das aber schon möglich sein, 80 Prozent zu erreichen. Und dann erst bekommt man vielleicht die höchste Förderung, vielleicht auch schon bei 70 Prozent. Denn irgendwo in dem Fenster sollte sich das bewegen. Wer aber weniger, zum Beispiel als 30 Prozent fährt, der sollte überhaupt keine Förderung bekommen, denn der kann sich auch gleich einen ganz normalen Hybrid kaufen. Der muss nicht unbedingt mit einem Plug-in-Hybrid durch die Gegend fahren. Und am Schluss bleibt natürlich der Benutzende. Denn das ist der Hauptschlüssel mit einem Plug-in-Hybrid sozusagen, das zu erreichen, was VW auch aussagt. Nämlich, dass man mit einem Plug-in-Hybriden die gleichen CO2-Potenzial erreichen kann wie mit einem Elektroauto. VW spricht von etwa 15.000 Kilometern pro Jahr, die man auch mit einem Plug-in-Hybrid elektrisch zurücklegen kann. Ja, klar, kann, können, kann man das. Aber können heißt noch nicht machen. Und das bedeutet also, die Punkte, die ich eben genannt habe, sollten erfüllt sein, damit man das auch tatsächlich macht. Damit die Leute auch zu Hause die Lust haben, das Auto wirklich anzuschließen. Sich zum Beispiel eine Wallbox anzuschaffen und das Auto jeden Tag an die Steckdose zu hängen, um eben immer diese Reichweite zu haben. Dann ist das mit Sicherheit möglich. Ob man dann aber noch einen Plug-in-Hybriden braucht und sich nicht eventuell doch gleich für ein rein elektrisches Batterie, elektrisches Fahrzeug entscheidet, das muss natürlich jeder selber entscheiden. Habt bitte, wenn ihr vor dieser Entscheidung steht im Kopf, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur in großen Schritten vorangeht und in, ich sag mal, vielleicht zwei bis drei Jahren, wahrscheinlich schon die ersten neuen Stationen des Deutschlandnetzes da sind und auch die anderen Ladestationsbetreiber ihre Angebote immer weiter ausbauen und damit man wahrscheinlich an der Autobahn, zumindest an der Autobahn, wahrscheinlich sogar öfter an einer Ladestation vorbeikommt als an einer Tankstelle. Und dann mag vielleicht nach zwei, drei Jahren das böse Erwachen kommen und wo man sich fragt, wieso habe ich mir eigentlich damals so ein Plug-in-Hybrid gekauft und bin nicht gleich aufs Elektroauto gegangen. Und was macht ihr, wenn ihr jetzt vor der Entscheidung steht? Lasst es euch nochmal gut durch den Kopf gehen und überlegt doch mal, ob ihr nicht vielleicht dann doch jetzt euren jetzt vorhandenen Plug-in-Hybrid wirklich auch noch ein bisschen länger fahrt und ihn dann gegen ein rein elektrisches Fahrzeug austauscht. Oder wenn ihr noch keinen habt und ihr zieht einen Plug-in-Hybriden in die Entscheidung mit ein, dann überlegt euch genau, wie ist euer Fahrprofil und seid ihr nicht vielleicht mit einem gebrauchten Plug-in-Hybriden genauso gut aufgestellt, als jetzt noch zu warten und sich vielleicht später einen zu kaufen mit einer größeren Reichweite, die aber vielleicht nicht die Versprechungen dann einhalten kann, die ihr euch davon vielleicht macht. Stichwort Reisefähigkeit, Langstrecke, wie auch immer. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Schreibt es gerne, wie gesagt, in die Kommentare und vergesst nicht, wenn euch das gefallen hat, wenn es interessant für euch war, was wir euch hier puttet, was ich heute euch hier präsentiert habe, meine Gedanken zum Thema, dann gerne abonniert den Kanal und hinterlasst doch einfach auch mal einen Daumen nach oben oder auch gerne einen Daumen nach unten, damit wir ein bisschen wissen, wie ihr dieses Video einschätzt. Vielen Dank, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt, mir hier zuzuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage einfach an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020